Der zweite Lockdown ist da. Und was das für die Wirtschaft und euer Geld bedeutet, das ist das Thema einer neuen Folge Finanzielle Intelligenz. Mein Name ist Marc Friedrich von der Honorarberatung Friedrich & Partner Vermögenssicherung. Ich habe mir lange Gedanken gemacht, wie ich dieses heikle und kontroverse Thema angehen soll. Wir wissen alle, sobald es um Corona geht, gibt es erhitzte Gemüter, polarisierende Meinungen und nur ein Gegeneinander statt Miteinander. Ein demokratischer, fairer Diskurs scheint gar nicht mehr möglich zu sein. Es gibt nur die eine Meinung und die andere wird gar nicht mehr akzeptiert. Ganz nach dem Motto, ich habe Recht und was du sagst, ist mir völlig egal, weil deine Meinung ist doof. Und das ist eine traurige Entwicklung, wie ich finde. Und aus diesem Grund möchte ich heute ganz nüchtern mit Daten und Fakten argumentieren. Ich möchte auf allen Seiten, bei allen Lagern Verständnis erzeugen, Brücken bauen. Weil wenn wir nicht aufeinander zugehen, wenn wir die Meinung der anderen nicht akzeptieren und respektieren, dann ist alles verloren. Wir sind eine Spezie, wir alle sind getrieben von Sorgen und Ängsten, wir alle sitzen im gleichen Boot und wir müssen wieder mehr Empathie entwickeln. Wir müssen wieder mehr Menschlichkeit entwickeln. Wir müssen den anderen zuhören und ihre Sorgen ernst nehmen. Und momentan gibt es drei Lager. Und alle drei Lager haben Angst. Und diese Angst gilt es zu verstehen, zu akzeptieren und zu respektieren. Erst dann können wir tatsächlich konstruktiv Lösungen finden und nach vorne gehen. Gemeinsam, nicht alleine. Wir sind soziale Wesen, wir brauchen einander. Und diese Spaltung bringt uns nichts, die bringt uns nicht weiter. Und ich möchte die drei Lager kurz definieren. Und ich bin gespannt, wo ihr euch da wiederfindet. Das erste Lager sind diejenigen, die Angst vor dem Coronavirus haben. Die Angst haben, krank zu werden. Das sind vielleicht diejenigen mit einer Vorerkrankung. Oder diejenigen, die schon ein fortgeschrittenes Alter haben. Die zur Risikogruppe gehören. Oder einfach Menschen, die Angst haben. Völlig legitim. Die zweite Gruppe sind diejenigen, denen die Maßnahmen zu weit gehen. Die sich beschnitten fühlen. Die Angst haben vor Überwachung und einer digitalen Diktatur. Die Angst um die Demokratie haben. Und vor einem zu eingreifenden Staat. Auch das völlig plausibel. Und diese Angst muss man auch wahrnehmen und akzeptieren. Das dritte Lager sind die Menschen, die Angst haben um ihre Existenz. Die jetzt vielleicht in Kurzarbeit sind. Oder sogar ihren Job verloren haben. Die finanzielle Sorgen haben. Die Selbstständige sind Künstler sind. Die ihren kleinen Laden zumachen mussten. Denen ihr Pub, Café oder Restaurant oder Hotel schon wieder schließen muss. Auch das absolut verständlich. Und da appelliere ich wirklich an euch, dass ihr als leuchtendes Vorbild vorangeht und eurem Gegenüber zuhört und ihm die Hand reicht und vor allem Verständnis habt. Wenn wir da ein bisschen Hysterie rausnehmen, dann wird es uns generell besser gehen. Und natürlich haben die Medien auch ihren Beitrag dazu geleistet. Mit ihrer teilweise panikhaften Berichterstattung. Immer neue Hiobsbotschaften. Immer neue Fallzahlen in neuen Rekordniveaus. Die Menschen sind verunsichert. Und das ist nicht gesund für eine Gesellschaft. Das führt zu Spaltung, das führt zu Polarisierung, das führt zu Ausgrenzung. Und wir können niemanden wirklich überzeugen mit Daten und Fakten, wenn er von der Angst getrieben ist. Angst lähmt. Und diese Angst sollten wir uns gegenseitig eingestehen und dadurch auch nehmen, wenn wir Verständnis für den anderen aufbringen. Schauen wir uns die Faktenlage an. Wir sind in einer Ausnahmesituation. Auch die Politiker sind getrieben von Unsicherheit und von Angst. Die Entscheidungen mögen teilweise übertrieben sein oder teilweise zu fahrlässig, zu vorsichtig. Das mag jeder selbst entscheiden. Aber Fakt ist, auch die sind mit etwas ganz Neuem konfrontiert. Und es sind Fehlentscheidungen getroffen worden, ganz klar. Nach dem ersten Lockdown zum Beispiel hat die Politik gesagt, es wird keinen zweiten Lockdown mehr geben. Nie wieder werden wir die Läden schließen können, weil das können wir uns wirtschaftlich gar nicht leisten. Ja, das ist absolut richtig. Das können wir uns finanziell gar nicht leisten. Vor allem wir sind noch in einer komfortablen Situation. Überlegt euch mal Länder, denen es nicht so gut geht wie uns. In Südeuropa, in Afrika oder in Asien. Und ich habe damals schon gesagt und getwittert, es wird eine zweite Welle kommen. Weil Pandemien gehen immer einher in zwei Wellen. Das zeigt die Vergangenheit. Und das ist nun mal die Eigenschaft einer Pandemie. Nichtsdestotrotz hat die Politik sich nicht darauf vorbereitet, hat die Zeit sinnlos verstreichen lassen, hat diese wertvolle Zeit nicht genützt, um sich genau darauf vorzubereiten. Auf das, was eigentlich so sicher war wie das Amen in der Kirche. Zu überlegen, wie gehen wir damit um, sobald die Temperaturen sinken und die Menschen mit Rotznase in der S-Bahn sitzen oder im Zug. Wenn die ersten Leute krank werden und zu unterscheiden, was ist es? Ist es Corona? Ist es nur eine gewöhnliche Krippe? Auch dass Herr Spahn dann nochmal im September gesagt hat, nach dem jetzigen Wissensstand würden wir Friseure und Supermärkte nicht mehr schließen, tja, hat sich wohl als falsch entpuckt. Aber was jetzt im Frühjahr gegolten hat oder auch was er im September noch als Wissensstand hat, ist das jetzt so katastrophal falsch? Ich gehe davon aus, dass wir mindestens bis mal im Lockdown bleiben werden. Vielleicht mal ein bisschen gelockert, mal wieder nicht und so, aber sobald die Fallzahlen hochgehen, geht es dann wieder Richtung harten Lockdown. Und was mich wirklich stört und was die Gesellschaft immer weiter spaltet und was für Unmut und Frust sorgt und die Menschen auch auseinander treibt, ist tatsächlich diese Salami-Taktik der Politik. Die geht mir wirklich auf die Nerven. Ihr könnt uns die Wahrheit zutrauen. Wir sind mündige Bürger. Sagt doch einfach, Leute, wahrscheinlich geht es bis Mai oder vielleicht sogar bis zum Herbst oder vielleicht bis 2022, aber dieses Rumgeeiere, dieses häppchenweise Verabreichen von was können wir den Leuten zutrauen, gehen die auf die Barrikaden, wenn sie nicht böllern dürfen oder wenn sie nicht Fußball schauen dürfen, etc. Sagt doch einfach, was Sache ist. Ansonsten verlieren die Menschen immer mehr das Vertrauen in die Institutionen, in die Maßnahmen und natürlich vor allem in euch, liebe Politiker. Und das wird sie dann auf dem Wahlzettel auch verfestigen. Und ich muss der Politik schon ein gewisses Versagen attestieren. Man hat diese wertvolle Zeit im Sommer und im Frühherbst einfach nicht genutzt. Es hätte viele Möglichkeiten gegeben, um sich vorzubereiten. Man hätte anfangen können, die Risikogruppen, was immer mein Vorschlag war, zu schützen. Ich habe schon im Spiegel-Streitgespräch mit dem ehemaligen Wirtschaftsweisen Peter Bofinger vorgeschlagen, die Risikogruppen explizit zu schützen. Aber das alltägliche Leben da draußen, den Einzelhandel, offen zu lassen. Damals wurde ich dafür stark angegangen. Jetzt ist es wohl doch langsam in Berlin angekommen, dass man vielleicht doch mal sich hätte darauf vorbereiten müssen und es vielleicht auch andere Lösungen gibt. Andere Länder machen das auch. Herr Felbermayer, deutscher Ökonom, sagt zum Beispiel völlig zu Recht, dass es den Risikogruppen gar nichts bringt, wenn der Einzelhandel schließt und Einkaufsstraßen leer bleiben. Der Bürgermeister von Tübingen, Boris Palmer, übrigens auch aus dem Remstal, sein Vater war der berühmte Remstal-Rebell, Helmut Palmer, der brischt voran und hat ganz klar schon im Sommer begonnen, die Risikogruppen zu schützen, indem es zum Beispiel zum Einkaufen spezielle Zeitfenster gab, wo nur ältere Menschen oder Risikogruppen einkaufen durften. Oder es gab ein bestimmtes Ruftaxi, so, dass die Menschen anrufen konnten und nicht in den öffentlichen Verkehrsmitteln mit vielen anderen vielleicht Spreadern zusammensaßen. Die Intensivbetten hätten ausgebaut werden können, die man jetzt beklagt, wo man sagt, ja, wir laufen auf den Notstand zu. Man hat den Krankenhausbereich privatisiert, man hat abgebaut, man hat Personal eingespart, hat Kosten optimiert. All das war natürlich nicht wirklich zuträglich, um die Gesamtsituation einigermaßen zu handeln. Und dann natürlich die ständige Angst und Panik, in die wir versetzt werden mit immer neuen Rekordfallzahlen. Keiner von uns weiß wirklich, was der PCR-Test tatsächlich aussagt. Wie sicher er ist, wie gut die Schnelltests sind. Es gibt unterschiedliche Meinungen. Es gab jetzt erst vor kurzem ein Papier von 20 renommierten Wissenschaftlern, die den PCR-Test komplett auseinandergenommen haben und gesagt haben, der ist wissenschaftlich überhaupt nicht haltbar. Hierzu werde ich einen dieser 20 Wissenschaftlern auch hier auf dem Kanal exklusiv interviewen, um zu zeigen, was ist der PCR-Test, was kann er und was kann er nicht. Wichtig zu wissen ist aber, dass wenn jemand positiv mit dem PCR-Test getestet wird, er noch lange nicht infektiös ist, also ansteckend ist. Das steht auf einem ganz anderen Blatt. Aber schauen wir uns gerade momentan einen der Hauptgründe an, warum der zweite hatte Lockdown kam und das sind die Intensivbetten. Es wurde gesagt, die Intensivbetten-Ausleistung ist schon nah am Kollaps. Sind die Intensivbetten tatsächlich rar und überlastet? Experten sagen jetzt, wir haben gar keinen Bettenmangel, wir haben Personalmangel. Das hochqualifizierte, gut geschulte Personal, das notwendig ist, um auf der Intensivstation die Patienten zu versorgen, ist schlichtweg nicht vorhanden. Auch hier wurde leider am falschen Ende gespart. Dafür benötigt es wirklich eine hochqualifizierte Fachausbildung und die kann man nicht so kurz mal innerhalb von sechs Monaten aus dem Boden stampfen. Interessanterweise lag jetzt in der Kalenderwoche 49 die Intensivbetten-Auslastung um 24% niedriger zum Vorjahr. Das zeigt dieser Chart sehr schön. Also anscheinend gibt es doch keine Überlastung bei den Intensivbetten. Auch der Chef der Fresenius-Gruppe, der 89 Helios-Kliniken in Deutschland betreibt, sagt, dass der Fokus auf den Fallzahlen und auf den Intensivbetten völlig falsch ist. Wir haben Personalmangel in dem Bereich. Spann natürlich auch, dass 410.000 Mitarbeiter im Krankenhausbereich in Kurzarbeit geschickt worden sind während dem ersten Lockdown und natürlich 10% der Krankenhäuser ums nackte Überleben kämpfen und kurz vor einer Insolvenz stehen. Schön auch dieser Graf, der zeigt, während die positiv Getesteten explodieren an der Anzahl, sinken zum Glück die Hospitalisierungen, also der Menschen, die ins Krankenhaus müssen, die beatmet werden müssen, die behandelt werden müssen. Das ist eine gute Nachricht. Auch in der Vergangenheit gab es immer wieder mal Engpässe im Bereich der Intensivstationen. Da hatten wir 2013 zum Beispiel in Köln so eine Nachricht. Aufgrund einer Grippe gab es eine Bettenknappheit in den Kölner Krankenhäusern. Jetzt kommt oft das Argument, ja, aber guckt mal nach Italien, guckt mal nach Spanien, da sind so viele Menschen gestorben. Das ist wie Äpfel mit Birnen vergleichen, weil das Krankenhaussystem, das Gesundheitssystem in Italien und in Griechenland oder auch in Spanien wurde in den letzten Jahren de facto kaputt gespart. Es ist nicht vergleichbar mit dem hohen Standard, den wir zum Glück in Deutschland haben. Aus diesem Grund sind da wahrscheinlich auch so viele Menschen gestorben, weil es erstens keine Kapazitäten gibt und zweitens kein qualifiziertes Personal. Da gibt es zwei schöne Berichte von Monitor, die ich jetzt gar nicht mehr einspielen möchte, die ganz klar zeigen, dass in diesen Ländern auch dank der Austeritätspolitik, der EZB, der Droika, des IWF in Griechenland eingespart werden musste. Und ich habe immer gesagt, der Euro eint nicht Europa, er zerstört Europa. Er zerstört auch die Gesellschaften, bringt Armut und jetzt sogar Tod. Während beispielsweise Deutschland seiner öffentlichen Pro-Kopf-Ausgaben fürs Gesundheitswesen binnen zehn Jahren um 41 Prozent steigerte, gehören die damaligen Krisenstaaten Spanien, Italien oder auch Griechenland diesbezüglich zu den Schlusslichtern in Europa. Spanien erreichte zuletzt gerade mal das Niveau von 2008. Italien gab sogar 6,5 Prozent weniger aus und Griechenland 32 Prozent weniger. Und das ist wirklich bitter, dass diese Währungsunion, die als Friedensprojekt initiiert wurde, dafür mitverantwortlich ist. Natürlich mit einem gewissen Abstand, aber die Kollateralschäden sind direkt aus dem Euro entstanden, aus der Euro-Krise entstanden und dafür ist tatsächlich diese Währung verantwortlich. Durch die Einsparungen in Griechenland, die gemacht werden mussten, hat vor allem der Gesundheitssektor, der Bildungssektor gelitten und deswegen jetzt Personalmangel. Gut ausgebildete Ärzte sind abgewandert, nach Deutschland gekommen, über die freuen wir uns dann natürlich und das Fachpersonal ist ebenso abgezogen, um woanders eine neue Perspektive zu finden. Traurig, aber wahr. Und schauen wir nach Deutschland. Es ist deutlich zu sehen, dass vor allem Ältere zur Risikogruppe gehören und da sollte man jetzt aktiv werden, die aktiv zu schützen, die auszustatten mit von mir aus Masken, mit Tests, wenn man sich impfen lassen will, mit Impfung. Auch da sollte es keine Impfpflicht geben, es sollte jeder frei entscheiden dürfen in einem demokratischen Land, ob er sich impfen lassen möchte oder nicht. Und ich weiß, dieses Thema wird natürlich für polarisierende Kommentare sorgen. Ich weiß, die einen werden es feiern, die anderen werden es schlachten. Ich versuche neutral zu bleiben, ich versuche die Fakten auf den Tisch zu legen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr euer Kommentar unten da lasst, wenn ihr eure Meinung kundtut. Bitte bleibt fair, bleibt sachlich. Alles andere finde ich nicht gut. Aber jetzt kommen wir zu den Kollateralschäden. Ich habe immer schon gesagt, dass ich glaube, dass die Kollateralschäden aus dieser Pandemie heftiger und schädlicher sind wie das Virus an sich. Aber wenn jetzt sogar die Welthungerhilfe herauskommt und sagt, es werden wahrscheinlich 30 Millionen Kinder verhungern, sorry, dann läuft hier was gewaltig schief. Wenn wir jetzt schon sehen, dass viele Menschen an Burnout leiden, ein Viertel aller leidet an Burnout, an Depressionen, dass häusliche Gewalt stark zunimmt, weil einem die Decke auf den Kopf fällt, dass die Menschen immer aggressiver werden, auch auf den Straßen. Aus dem Remstal kommt übrigens auch der Herr Hartmann, der hat einen Modemarkt, ein Begleitungsgeschäft in Weinstadt und der hat diese Nachricht geschrieben. Seine pure Verzweiflung hat er in diesem Brief hinterlassen, in dem er an Herrn Altmaier, an Herrn Spahn und an Frau Merkel geschrieben hat, dass er ihre Politik nicht mehr nachvollziehen kann, dass für ihn die Existenz auf dem Spiel steht. Ich meine, es sollen jetzt anscheinend laut Bundesverband der Begleitungsindustrie 300 Millionen Teile, also Kleidungsstücke, darlegen, die eigentlich dann unbrauchbar sind. Der Schaden, der volkswirtschaftliche Schaden wird gigantisch sein. Die ersten Ökonomen kommen raus und sagen, oh, jetzt kommt eine zweite Rezession. Leute, die kommt so sicher wie das Abend der Kirche, wenn wir einen Großteil der Wirtschaft abschließen, wenn wir hier ganze Branchen eigentlich zwingen, in den Tiefschlaf zu gehen, da werden Tausende, Hunderttausende von Menschen betroffen sein. Die Rezession wird jetzt schon beginnen. Im vierten Quartal erwartet man minus 0,8% und im ersten Quartal minus 1,4%. Und umso länger dieser Lockdown anhält, umso größer werden natürlich die Schäden, umso größer wird die Rezession. Und man muss jetzt auch überlegen, für den Einzelhandel ist die Woche vor Weihnachten die wichtigste Woche im Jahr. Da wird so viel Umsatz gemacht, wie normalerweise in einem ganzen Monat. Die Schäden werden 50 Milliarden plus x sein. Die Kosten für die Bundesregierung schätzt man momentan auf mindestens 20 Milliarden Euro. Für die ganze Branche, für den Großteil der Friseure, der Buchläden etc. pp. Gastronomie fällt ein Großteil des Weihnachtsgeschäftes jetzt weg. Das ist eine Katastrophe. Der HDE sagt, es sind bis zu 250.000 Arbeitsplätze in den Innenstädten, im Einzelhandel, Einzelhandel auf der Kippe in Gefahr. Wir werden sehen, die Kurzarbeit wird zunehmen. Wir werden sehen, auch die Arbeitslosigkeit wird steigen. Und natürlich, es wird Unternehmen geben, die pleite gehen werden. Und siehe da, da hat die Politik ganz schnell eingekriffen. Nämlich, man hat die Insolvenzantragspflicht nochmals verlängert bis Ende Januar 2021. Also wir sehen, die Insolvenzverschleppung geht weiter, weil diese Insolvenzen, die werden ja nicht gelöst, die lösen sich nicht in Luft auf, die werden angestaut. Und es werden immer mehr. Und irgendwann brechen die raus. Und dann wird es natürlich eine gigantische Pleitewelle geben, wird noch für mehr Schäden sorgen. Und natürlich, das wird sich dann auch eins zu eins beiden Banken dann zeigen in den Bilanzen, weil dann Kredite ausfallen werden. Und wir alle wissen, die Banken haben kein gutes Eigenkapital zwischen drei und vielleicht maximal zehn, zwölf Prozent. Dann werden die ins Banken kommen, dann müssen die wieder gerettet werden. Also das ist dann so eine Art Kettenreaktion, Dominoeffekt, eine Abwärtsspirale nach unten. Und ich habe noch gar nicht über die Menschen gesprochen, die es am härtesten trifft, schon seit über neun Monaten, nämlich den Solo-Selbstständigen, den Einzelkämpfern, Künstlern, Gastronomen, Reisebüros, all die, die kämpfen gerade wirklich ums nackte Überleben. Und für die ist es teilweise auch wirklich ein Schlag ins Gesicht. Und der Frust in der Bevölkerung nimmt zu, natürlich bei den Betroffenen vor allem. Ich kenne Musiker, die haben so eine Krawatte. Ich kenne Kneipiers, ich kenne Restaurantbesitzer, die können gar nicht mehr. Die sind fertig. Auch da die Gefahr, dass natürlich mehr Menschen in Depressionen reinfallen, die Angst haben um ihre Existenz, die Kredite nicht mehr bezahlen, können. Die menschlichen Schicksale sind dramatisch. Und aus dem Grund auch dieser Comic, der leider zeigt, was tatsächlich dann ist, nach der Corona-Krise kommt eine viel größere Krise. Und ich prognostiziere jetzt schon leider, dass 2021, 2020 in den Schatten stellen wird. Und dass das der Anfang einer noch größeren Krise sein wird. Ihr alle wisst, ich habe gesagt, bis 2023 wird der größte Crash aller Zeiten kommen. Und der ist im vollen Gange. Ich würde sogar sagen, 2022. Also so die Indikatoren zeigen ganz klar dahingehend, dass es 2021 schlimmer wird und 2022 sich wahrscheinlich komplett entfalten wird. Und wenn die Politik jetzt nicht anfängt, für nach dem 10. Januar eine Strategie zu entwickeln, dann wird es relativ ruppig. Was ihr jetzt machen könnt, was es für euch bedeutet, ganz klar, die Staaten werden neue Konjunkturpakete in gigantischem Ausmaß auferlegen. Die Notenbanken werden noch mehr Geld reinpumpen. Was wir im letzten Jahr gesehen haben, dass die Notenbanken exponentiell explodiert sind, wird sich weiter fortsetzen. Wir werden meiner Ansicht nach in der Eurozone die 10 Billionen Euro in der Bilanz überschreiten. Das wären dann fast 100% zum BIP der Eurozone. In den USA genau das gleiche Spiel. Zinsen werden eher gesenkt. Sie werden nicht erhöht werden. Wir werden sehen, dass die Vermögensblasen weiter natürlich anschwellen. Es wird weiter einen Run geben, auf durch Natur, durch die Mathematik limitierte Werte und egal, ob ihr viel oder wenig habt, egal in welcher Situation ihr seid, ihr könnt jetzt auf jeden Fall euch anschauen, was macht Sinn, was macht keinen Sinn und wie kann ich mein Geld sinnvoll anlegen. Ich glaube, die Party beiden Edelmetallen bei Gold und Silber, bei Minenaktien, bei Bitcoin, die hat gerade erst begonnen. Und leider lag ich mit meiner Prognose im Buch Der größte Crash aller Zeiten mit 2023 tatsächlich wohl richtig. Es verfestigt sich immer mehr. Aber denkt auch daran, jede Krise ist eine Chance und die Welt wird nicht untergehen. Wir werden diese Krise auch natürlich managen. Die Frage ist nur, wie kompetent und wie fähig. Und da können wir alle unseren kleinen Beitrag dazu leisten, indem wir aufeinander zugehen. Ich möchte nochmal an dieses Menschliche appellieren, weil das ist viel wichtiger wie Geld und irgendwelche Reichtümer und so weiter, weil jetzt geht es wirklich darum, dass wir als Menschheit zusammenstehen und die richtigen Schlüsse ziehen, weil wenn wir jetzt die falschen Entscheidungen treffen, dann werden wir tatsächlich in der vielleicht digitalen Diktatur aufwachen, weil auch die Gegenseite möchte natürlich ihre Krise genützt sehen. Aber wenn wir die Chance ergreifen und es positiv denkend zu unseren Gunsten umwälzen, dann steht uns, wie ich im Buch auch geschrieben habe, ein goldenes Zeitalter bevor. Und da habe ich wirklich die große Hoffnung, weil die Menschheit hat mit jeder Krise gelernt. Der Mensch lernt durch Scheitern und jede Krise war eine Art Katapult, eine Art Sprungbrett, damit wir uns weiterentwickelt haben. Und diese Krise wird dazu führen, dass wir uns gesellschaftlich verändern werden, dass wir auch die Arbeitswelt komplett in Zukunft anders gestalten werden und sie wird das Grundübel aller Krisen, das falsch gestrickte Geldsystem beenden und dann brauchen wir ein neues Geldsystem. Und das neue Geldsystem ist die gigantische Chance für uns alle, die größte Chance aller Zeiten. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute. Ich bin gespannt, was ihr zu dem Video sagt. Ich bin mir jetzt schon sicher, es wird polarisieren. Gebt mir einen Daumen nach oben, wenn ihr es mochtet. Teilt es gerne. Lasst ein Abo da. Ich habe jetzt wieder mal gesehen, dass 65% aller Zuschauer meiner Videos kein Abo da lassen. Einfach anklicken, Abo-Button und dann die Glocke aktivieren. Dann werdet ihr jedes Mal informiert, sobald ein neues Video kommt. Würde mich freuen. Und jetzt ist Weihnachten, geht aufeinander zu. Ich würde mich freuen, wenn ich euch zum Nachdenken angeregt habe, wenn ich hier einen Beitrag leisten konnte, diese Situation ein bisschen zu entzerren, ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen. Bleibt gesund, bleibt tapfer. Und ich habe ein kleines Weihnachtsgeschenk jetzt schon für euch, nämlich die Serie Investieren in der Pandemie kommt ab dem 22.12. mit hochkarätigen Gästen und zwar aus Deutschland, aber auch international. Von Markus Krall bis Michael Saylor, von Thomas Mayer bis Tavi Costa, von Ronny Stöffele bis James Rickards und viele mehr. Es wird was einzigartiges, was es so in Deutschland noch nie gab. Und ihr werdet alle paar Tage ein wirklich hervorragendes Video erhalten und wir haben die glücksten Köpfe der Welt eingeladen. Damit habe ich auch mein Versprechen eingehalten mit dem ersten Video Ich bin Marc, hier mal gerne reinschauen, wo ihr an denen ihren Gedanken teilhaben könnt, wie investieren die, wie bereiten die sich vor, was denken sie, wohin die Welt sich entwickelt. Und für mich war es unglaublich lehrreich und ich würde mich freuen, natürlich, wenn ihr auch daran partizipieren könnt und wenn ihr einschaltet. Bleibt gesund, bleibt tapfer und denkt immer daran, trotz Corona ist die Welt da draußen besser, wie wir immer glauben. Herzlichst, euer Marc.